Thomas Limpinsel ist ein deutscher Schauspieler. Leben Thomas Limpinsel studierte ab 1987 Schauspiel an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Nach dem Studium war er zunächst am Niedersächsischen Staatstheater engagiert, hatte ein Gastengagement am Stadttheater Hildesheim und folgte 1993 dem Intendanten Eberhard Witt an das Bayerische Staatsschauspiel München, wo er bis 1997 wirkte. Seit 1997 arbeitet Thomas Limpinsel als freier Schauspieler und hatte Gastengagement am Bayerischen Staatstheater, am Schauspielhaus Bochum, am Burgtheater in Wien, den Salzburger Festspielen sowie auch an der Komischen Oper und dem Renaissance-Theater, sowie dem Schlossparktheater in Berlin. Neben der Theaterarbeit ist Thomas Limpinsel in zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen präsent. Dazu gehören unter anderem die Bernd-Eichinger-Produktion Der Untergang, die Sat.1 Comedy-Paare, die Fernsehserie Unser Lehrer Dr. Specht, der Fernsehfilm Rommel oder auch in verschiedenen Tatort-Episoden.